Liebe Anfänger, Fortgeschrittene, Profi und alles dazwischen Rapper, es ist soweit, nach zwei Staffeln Musik only jetzt mal wieder, kommt endlich wieder ein gutes Rap Battle auf den Markt. Ich habe natürlich in dem Spielraum zwischen MRB2 und MRB3, was by the way inzwischen zweieinhalb Jahre her ist, Alter, überleg mal, 2016, Mai 2016 war das Finale geplant, das ist echt krass, diese zweieinhalb Jahre habe ich genutzt, also eigentlich nur ein Jahr davon, anderthalb, um selber mal mit dem Rap ein bisschen anzufangen und jetzt kann ich mittlerweile eigentlich von mir selbst behaupten, dass ich das Ganze etwas geskillter einzuschätzen und zu bewerten beweise, als noch für zweieinhalb Jahre, wo ich halt selber keine Ahnung von Flow oder sowas hatte, mittlerweile lege ich da auf andere Sachen Wert und ich kann das was ich bewerte, selber im Endeffekt mal endlich so, ne, es macht halt auch Sinn, dass ich jetzt das Ganze professioneller und aus einer anderen Sicht einschätzen kann, also schon mal Pluspunkt im Vergleich zu MRB2, ähm, besserer Movery, XD. So, ja egal, für die Frischlinge, ich labere hier, als würdet ihr das alle kennen, vielleicht gibt es ja auch neue vom MRB, also jetzt ganz von vorn. Ich bin Movery, den größten Teil hier auch als Justin oder der Typ, der ab die Klicks Cloud bekannt, also, lustiger Insider, haha. Und derselbigen Namen findet ihr mich auch, also unter Movery, nicht unter der Typ, der ab die Klicks Cloud, findet ihr mich auch in schlechten und guten Battle Runden, also Justin Case, falls ihr Bezug braucht, so, ne, wisst ihr Bescheid. Ähm, und ja, was hat das MRB im Vergleich denn zu anderen Turnieren zu bieten? So, warum sollte ich beim MRB mitmachen und nicht beim bla 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 BT? Äh, es hat auf jeden Fall ein sinnvolles Bewertungssystem, junge Alter. Ich hab ja in der letzten, letzten Zeit bei so ein, zwei Turnieren reingeschaut, äh, und bemerkt, dass, dass, dass die, das System teilweise so dreckig gebalanced haben, dass man in der Analyse dann quasi mit nem Poetry Slam, ohne Flow und Rap Skill oder irgendwas, sondern nur mit Technik und zwei, drei Punchlines gewinnen konnte. Und so ein Dreck braucht ihr euch als Freunde des guten Battles echt nicht zu geben, denn ich würde behaupten, dass ich die ganze Sache ganz gut beurteilen kann und jetzt ein okayes Bewertungssystem auf die Beine gestellt habe, das natürlich noch in der Bearbeitung ist, aber dazu kommen wir eh später. Ähm, gut, ich hab auch von alten Teilnehmern des Turnieren, äh, des Turniers mitbekommen, dass ich wohl ein recht kompetenter, also hab gutes Feedback bekommen, dass ich wohl ein recht kompetenter und guter Turnierleiter sein soll und, also ihr braucht da keine, keine Angst zu machen, so, ähm, ich werd hier nichts rumschieben, so. Ähm, wäre da nicht der Mowry-Fluch, Junge, wir kriegen nie ein Finale hin, da entweder einer aussteigt oder ich meine Internetpräsenz verliere. Shoutout geht raus an Yannick, der weiß, was gemeint ist. Ähm, ja, also kommen wir jetzt erstmal zu dem wichtigen Teil. Das Battle. Mal ein paar, so ein kleines, ich, ich glaub, ich zieh das so ein bisschen als kleines provisorisches Q&A auf. Ähm, na egal. Also erstmal natürlich, wer darf denn überhaupt beim MTC, MRB, das war jetzt MTC, MRB3 mitmachen. Äh, bitch please, es darf natürlich jeder mitmachen, so, ne, also warum soll ich um jemanden ausschließen, wenn er hier betteln will und Bock drauf hat. Äh, die Tendenz liegt natürlich zu erfahrenen Rappern, da so ein entspannterer und vor allem sicherer Turnierverlauf zustande kommt. Ich werde natürlich jedem, der einreicht, eine Chance zum Betting geben, also keine Sorge, da wird kein Heini ausgeschlossen. Wenn ihr Bock auf Betting habt, dann reicht auf jeden Fall ein, ihr werdet hier auf jeden Fall die Chance zum Betting bekommen. Äh, aber warum soll ich denn Leute ausschließen, das macht ja auch gar keinen Sinn so, ne. Äh, so, die Quali-Bedingungen, wenn ihr hier einreicht, eure Qualifikation sollte am besten mindestens ein 16er beinhalten. Also so ein 16er-Kicken für eine Quali ist halt Standard, würde ich sagen. Am besten auf einem Freebeat oder einem Beat, den ihr selbst gebaut oder gekauft habt. Pickt und probiert auf jeden Fall viel rum, also fahrt nicht nur eine Schiene. Ähm, falls ich einen Copyright-Strike kriege, fliegt ihr dann halt, aber nein, also soweit kommt es ja meistens gar nicht, es kommt ja eher durch Videos. Wenn ihr ein Beat benutzt und das Video von mir aus fremdmonetarisiert wird, habe ich damit gar kein Problem, weil ich monetarisier hier eh nichts. Also, es gibt auch Beats, die sind nicht free, aber sie werden in anderen Videos geduldet, ne, wisst ihr Bescheid so. So, solange die Runde nicht gesperrt wird, ist ja auch für euch dann scheiße, ist auf jeden Fall alles legitim. Äh, Video könnt ihr in der Quali eigentlich lassen, ist aber nett so. Also, gerade in der Quali könnt ihr einfach mal zeigen, was ihr so drauf habt und so ein Video trägt natürlich zur Gesamtatmosphäre stark bei. Ähm, der Rest dazu ist dann bei den Einreich-Infos, so, ne. So, jetzt kommen wir zu dem angepriesenen Bewertungssystem. Ich habe mich hingesetzt, also das System wird wahrscheinlich noch überarbeitet werden, äh, aber ich werde sagen, dass es auf jeden Fall so folgendermaßen abläuft. Ich habe das mal eingeteilt, zum Beispiel in wichtige Kategorien und bedingt wichtige Kategorien. Bedingt wichtig deshalb, weil sie nicht unwichtig sind, aber sie sind wichtiger, äh, unwichtiger als die wichtigen Kategorien. Jetzt bin ich verwirrt. Also, äh, es geht folgendermaßen ab. Die wichtigen Kategorien geben jeweils 10 Punkte. Die wichtigen Kategorien sind A, Punchlines und B, Flow. Denn Punchlines und Flow sind im Better Rap das wichtigste, Kinder. Es bringt nichts, wenn die Runde gute Punchlines hat, aber man kann sie sich nicht anhören und sie ist dann 3 Stunden lang oder so. Shoutout an Zero. Äh, es bringt nichts, wenn die, wenn es, äh, viel Technik, geiles Video hat, aber Punchlines und Flow komplett im Arsch sind. Deshalb kommen wir zu den bedingt wichtigen Kategorien, die jeweils 5 Punkte geben. Und zwar sind das Entertainment, Technik, Video und Musikalität. Unter Musikalität würden halt so Sachen fallen wie Hook oder auch, äh, halt Gesang und so. Also Musikalität im Allgemeinen, ne. Überschneidet sich ein bisschen mit Flow, aber da kann ich auf jeden Fall krass die Grenze ziehen, weil es geht halt auch größtenteils um die Hook. Ähm, ja. Insgesamt macht das 40 Punkte nach meinem System. Also die wichtigen Kategorien geben zusammen 20 und die anderen geben zusammen 20. Sagen wir mal, äh, jemand bringt wirklich eine Runde, die nur Technik und ein geiles Video hat, eine geile Hook, vielleicht auch noch eine Gasthook und Entertained. Dann kommt er auf 20 Punkte. Wenn aber sein Gegner krass float und gute Punchlines hat, kommt er auf 20 Punkte. Aber er kriegt von den bedingt wichtigen Kategorien ja schon mal was. Das heißt, wenn du keine Punches und keinen Flow hast, kannst du halt nicht gewinnen, nur weil du krasse Reime, ein 4K-Video und ne Gasthook von Vocal hast. So, es macht halt, du kommst halt wirklich nur weiter, wenn du der bessere Battle Rapper in Sachen Punches und Flow, also den wichtigen Kategorien bist. Macht in meinem Kopf schon mal Sinn. Wenn ihr daran was auszusetzen habt, schreibt es mir in die Kommentare, äh, weil das ist auf jeden Fall was, was noch richtig krass ausbearbeitet werden muss. Also da wird noch dran rumklamausert, macht euch keine Sorgen. Was macht das Movery Rapper denn speziell? Ja, im MTC damals war es zum Beispiel Motto Songs und sowas, ne? Gut, also es gab auch, äh, die, im MTC immer die bekannte Movery ein Monatfrist, so, dass es immer ein Monat war. Da ich jedoch im MTC bemerkt habe, dass das stark zu Verpeilungen oder Fehlen der Lust oder vor allem Killen des Hypes führt, wird das auf jeden Fall gekürzt. Also es wird immer noch so menschliche zweieinhalb bis drei Wochen geben, keine Sorge Jungs, also ich bin auch der Letzte, der da irgendwie rumzickt wegen ein, zwei Stunden Verpeilung oder sowas, oder, ne? Ich hab ja selber was zu tun nebenbei. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall okaye Fristen geben und für die späteren Battles, wenn es dann wichtiger ist, natürlich auch etwas längere Fristen, aber gerade in den ersten paar Runden, da wird die Frist jetzt nicht, äh, auf anderthalb Monate gehalten, macht Sinn, ne? Äh, weitergehend haben der gute Kenny und ich uns hingesetzt und ein spezielles Turnierbaumkonzept entworfen, sag ich mal. Also 18., äh, 16., genau, 16. geht alles wie gehabt los, also ein Runden Battles, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ne? Einen Runden Battles, äh, ganz normales Battle halt. Und im Viertel, beziehungsweise, äh, im Viertel kommt dann, und im Viertel kommt dann die Albesides beliebte Rückrunde dazu, also Rückrunde auf dem Beat des Gegners, sollte man kennen. Ähm, aber nun, meine lieben Freunde, kommt der absolute Smudo ins Spiel, denn, ab dem Halbfinale, also im Halbfinale und im Finale, kommt die sogenannte Konterrunde dazu. Die Idee dahinter ist nämlich, äh, wie oft guckt ihr, also wenn ihr schon mal eine Rückrunde gegen euch hattet, wie oft guckt man Rückrunden und denkt sich, alter, wie easy könnte ich die Scheiße jetzt nochmal auskontern. Ähm, da kommt die Konterrunde ins Spiel. Es ist quasi eine Rückrunde, beziehungsweise halt einfach eine dritte Runde im Battle, so, ne? Ähm, die, eine Konterrunde auf die Konterrunde. Die ist dann wieder auf einem selbstgewählten Beat und es ist halt einfach nur eine dritte Runde. Die hat, ähm, ein bisschen noch zur Spannung und vor allem auch zum Battle-Charakter beitragen soll. Ja, das macht mich quasi dazu nochmal ein bisschen besonders. Daran wird natürlich auch noch rumprobiert, um das Ganze auch, äh, wieder auszubalancieren, dass es halt nicht komplett scheiße ist und auch noch am Ende Spaß versaut. Aber dazu kommen wir erst im Halbfinale, als der Minister bis da, pff, richtig, richtig krass. Zeit. So, wie könnt ihr denn einreichen, wenn euch das Turnier interessiert? Es ist ganz einfach, es ist easy. Ihr macht einfach eine Zipra, beziehungsweise Whatever-Datei, in der man halt größere Dateisätze komprimieren kann, ähm, ballert ihr euch, äh, und da schleudert ihr halt folgendes rein. Also erstmal eure Video-MP4-Datei. Jedem, der nur eine MP3 einreicht, werde ich herzlichst den augenblicklichen, plötzlichen Kindstod wünschen, by the way. Ich will keine MP3-Einreichung, also nur MP3-Einreichung sehen. Ähm, dann eine Text-Datei mit dem Text, Links zu Social-Media-Seiten, falls vorhanden, Infos zum Beat-Producer, also gegebenenfalls den Link zum Beat und vielleicht noch den Beat zum Producer. So, ich gehe auf dem, wie krass ihr, äh, da seid. Und ab dem Viertel halt auf jeden Fall auch die Beats, aber das ist ja für die Quali noch vollkommen irrelevant. Äh, dann am besten noch eine Extra-Text-Datei mit Künstlernamen und auf jeden Fall einer Kontaktmöglichkeit. Also, E-Mail, Facebook, Handynummer für WhatsApp, also irgendwas, wo ich euch erreichen kann. Von mir aus halt auch eine lausige E-Mail, ist mir vollkommen Wurst, müsst ihr bei WeTransfer eh haben. Ähm, einfach damit ich euch krass, äh, erreichen kann. Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Typen habt im Turnier, den ich nicht erreiche und da einfach bloß drauf hoffen muss, dass er vielleicht irgendwann einen Tag vorfrist die Runde einreicht. Ähm, es ist einfach komplett aus turnierlogistischen Gründen, dass ich einfach mal euch kontaktieren muss. Deshalb der Kontakt. Einreichen könnt ihr das Ganze dann, äh, an Morphery Battle 2015 at gmx.de, also die seht ihr hier eingeblendet, findet die auch unten in der Beschreibung nochmal zum Einreichen dann fürs Rap Battle. Und Frist ist ab dem Datum, an dem das hier hochgeladen wird, das seht ihr auch unten in der Beschreibung, da steht das Datum und da steht auch die Frist drin. Und zwar sind es ab dem Upload-Datum 1,5 Monate. Ich sage deshalb kein konkretes Datum, weil ich das hier ein bisschen im Voraus aufgenommen habe, vielleicht auch schon ein paar Sachen mittlerweile geändert habe. Hm, wahrscheinlich nicht. Das würde dann unten drin stehen. Ähm, auf jeden Fall ab dem Tag 1,5 Monate, das sind anderthalb für Gehirnakrobaten. Äh, ja, viel Spaß beim Einreichen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die allseits beliebten Männer, die hier schon immer beim MRB dabei waren, die Stammgäste sind, außer vielleicht Roter, der entfernt sich ja von dem Ganzen mittlerweile ein bisschen. Trotzdem, Kussi geht raus an dich, Bruder, falls du das hier hörst. Ähm, dabei sind und ich hoffe natürlich auch auf viele neue Gesichter, dass wir mal ein 16. zusammenkriegen und dann mal ein richtig geiles Turnier aufziehen können, weil es vielleicht die letzte Battle Staffel sein wird, je nachdem, wie mich das Turnier jetzt hier, äh, ehrgeizig mäßig, ehrgeizmäßig antreibt. So, und wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Bewertungssystem, zum Einreichen, zu bla bla bla, achso, bevor und jemand fragt, ja, Teams sind erlaubt, aber seid bitte maximal Dreier-Teams, okay? Das ist so auch geregelt. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie einfach unten, ich werde mir die Kommentare alle durchlesen und werde darauf antworten. Ähm, ist mir egal, ob ihr kommentiert, ob ihr eine PN schickt bei YouTube oder bei Twitter oder bei Facebook, die Leute, die mich bei WhatsApp haben, ob die mir bei WhatsApp schreiben, wenn ihr die Fragen habt, stellt sie auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen da ein angenehmes Teilnehmerfeld zusammen, ein geiles Turnier und damit, äh, Movery, peace out, ihr kleinen Brr-Ribbers. Tschüss. Tschüss.